hallo und herzlich willkommen ich bin euer mr venom 1974 ich höre mich zwar noch ein bisschen heiser an aber da kommen wir glaube ich durch wir sind wieder bei the wizard and the princess bevor ich das mache ich baue das einfach mal so ins intro ein einfach mal noch kurz ein paar informationen vorab ich habe jetzt für youtube die king's quest videos vorbereitet und deswegen fielen mir noch so ein paar sachen auf heute wo es sonntag wo wir das aufnehmen ist jetzt gerade live bei youtube die king's quest 1 folge fürs sega master system rausgekommen prinzip eigentlich von den änderungen müsste man theoretisch das ding eigentlich mal durchzocken weiß ich aber noch nicht also ist nicht erst mal erst mal geplant sagen wir so also für die leute die da das sind aber was vielleicht ganz wichtig ist die mussten an der karte ein bisschen was drehen also die karte ist ein bisschen eingestampft für das master system die ist kleiner und du kriegst an manchen stellen tatsächlich auch andere gegenstände und die dungeons sind ganz anders und was auch da ist ich guck mal gerade das stand nämlich auf einer seite nämlich richtig gut es gibt neue tode der stein am anfang wenn ihr euch daran erinnert bei king's quest 1 wo man von einer falschen seite steht stirbt ist jetzt bei der master system version genau gedreht das heißt also wenn man weiß wo man steht dann stirbt man also muss man genau auf der anderen seite stehen da wo der dolch ist kann man jetzt ins loch fallen ok der könig der kobolde geht nicht mehr nach der szene aber man kann trotzdem die schätze nehmen das land der kobolde also dass der höhlen ausgang sozusagen aus dem aus dem aus der höhle der kobolde hat eine zusätzliche treppe wo man wieder fleißig sterben kann der alte gnome gibt dir direkt den schlüssel und jetzt kommt was schönes das ist wird den hierarchium laut freund in der sega master system version schützt das schild nicht vor dem riesen ist also für das ich sag mal pazifisten ende kann schon kann schon doof sein ja dann eins noch zu king's quest 1 wir haben die hexi ja nicht in den ofen geworfen das kann man machen und die hexe heißt tatsächlich dahlia das ist also tatsächlich die erste also ihr werdet das sehen wenn wir in king's quest weitergehen die ich habe ja gesagt die gesellschaft des schwarzen umhangs die sozusagen wir gehen sozusagen vom level von unten nach oben das heißt wir machen so ein bisschen schneeball system andersrum wir gehen also zur chef etage von von level zu level und dahlia war ganz unten hagatha die aus zwei ist sozusagen stufe höher und unser harlan hier aus wizard and the princess der gehörte auch zu der hat aber jetzt nicht irgendeine klasse sondern der ist halt und mann der nächste und king's quest 3 der ist also dann über hargatha und dann geht das so weiter also die sind alle immer ein level höher deswegen werdet ihr sehen wenn ein king's quest 5 kommt dass der der auf die anderen typen referenziert von seinen ich glaube der spricht auch glaube ich von seinen vasallen oder von seinen was weiß ich rookies oder sowas in so ein quatsch erzählt er da auch warum das so ist und das geht dann immer so weiter das ist der von 6 ist wichtiger die dame in sieben ist dann wieder wichtiger und king's quest 8 ist eine geschichte für sich ja und so dann würde ich sagen it's time also ich erzähle euch was ich muss noch kurz für mich selber bild haben wir sind hier vor dem schloss es hat mir gott sei dank jemand was geschickt der tatsächlich ich habe ja schon ein paar mal gesagt da bin ich ja immer noch ein ganz großer fan von tatsächlich sich die videos anguckt mit untertiteln ja also nicht unserer deutsche sprache mächtig ist sondern tatsächlich dass man untertitel guckt und hatte mir einen tipp gegeben ich habe ja irgendwie gelesen beim letzten mal das ding hat irgendwie zwei wege und das ist richtig und dann habe ich gesagt brauchst du nicht weg 1 mach doch weg 2 also es gibt tatsächlich einen weg wo man sich den weg durchkämpft das ist das was wir hätten machen müssen dann hätten wir uns einen apfel geschnappt und dann hätten wir noch ein paar mal mit dem zauberer zu tun gehabt wir können aber uns auch einen anderen weg machen sozusagen den sneaky way also nicht den rambo weg sondern wir gehen jetzt hier den in stealth den solid snake gedächtnis move oder sam fisher oder sowas durch und dann kommt man zu einer anderen stelle das heißt man überrumpelt den zauberer versuchen das jetzt mal erstmal gehen wir ins schloss ich hoffe es alles vorbereitet ist wieder c64 in ntsc mode so und jetzt machen wir was folgendes jetzt gehen wir nämlich dahin nämlich nach norden so jetzt seht ihr gleich wo wir sind da war man nämlich noch nicht das würde mir wahrscheinlich auch wenn ich das ganze mal zocken würde würde es mir auffallen wir sind und das mögt er so schön in einem labyrinth so jetzt haben wir dreimal nach westen noch mal nach westen mal gespannt ob das jetzt stimmt weil ich habe es nämlich gerade ausprobiert hat es nicht gestimmt ich bin gott sei dank trotzdem zu dem raum gekommen aber jetzt müssten wir nach norden also ist tatsächlich labyrinth also wenn er irgendeiner bock hat kann er gerne irgendwas zeichnen aber ich weiß so hochgradig motiviert das nicht so eurer welt einfach mal ein bisschen baumeln lassen jetzt sind wir da jetzt zweimal nord also bist du bei einem raum nämlich gekommen also die leute die schon von anfang an im chat sind die haben den raum auch schon gesehen ihr habt aber nicht gesehen was im raum ist so jetzt müssen wir nach westen norden und dann nur noch osten genau ist dreimal müsste das sein dann erzähle ich auch gleich noch du wirst lachen du wirst lachen das ist tatsächlich ein labyrinth das keinen sinn macht ich habe es gibt dazu nämlich auch eine karte die macht nicht viel sinn ich bin ja mal gespannt ob ich da richtig bin theoretisch müsste ich jetzt in dem raum sein bin ich gut speichern ich wusste noch mal kurz aus das war auch lustig dass wir gerade auch besser es kommt in letzter zeit immer ganz zur abendszeit also gehört noch ein bisschen falls ihr hier noch mal dem let's player aus vertrauens gute besserung ist das jetzt eure chance ihr könnt auch abonnieren kommentieren bewerten ich habe da mittlerweile das soundfall sagt man und es wird schon besser aber ist noch nicht sensationell deswegen ist das gut dass das hier jetzt nicht so lang ist so raum wenn ich das mal ganz kreativ so jetzt sind wir hier und da werdet ihr euch nicht daran erinnern ich mich auch nicht also jetzt muss ich kurz was erzählen ich habe ja schon mal gesagt die haben von version zu version tatsächlich die geschichte umgeschrieben also die original geschichte ist da kommt irgendein hero und sagt die prinzessin ist weg und da kommt irgendeiner sagt was gibt es denn dafür ja das halbe königreich und dann geht der abenteurer los und macht da kommt auch die adventure cap sondern anspielung gab es da auch schon haben sie dann anders umgeschrieben dass irgendjemand in diese welt gezogen wurde deswegen hast du nicht nur interessant die prinzessin zu retten sondern du willst auch wieder zurück also prinzip so ich sag mal so eine vorgeschichte aller altima so dann haben sie es noch weiter umgebaut eben damit halt in dieses in diesem king's quest zyklus passt sag ich mal einfach ist das was wir hier machen wir haben also wie wir legen uns mit harlin an und harlin hat sozusagen ein kontinent geteilt also prinzip eigentlich war serenia und devontree sind irgendwie nebeneinander sind eigentlich irgendwie ein kontinent und der vogel hat gesagt das machen wir nicht das teilen wir und hat dann das ding geteilt und um das ding hier zu unterjochen das heißt also wir machen jetzt nichts anderes als prinzip die zu retten man sagt auch so schön dass das so ein spiegelbild ist wie es bei king's quest 2 ist und nach dem motto retten die prinzessin und alle sind gut wenn wir das nämlich nicht tun würden wird der könig grüß cremig und das land geht unter sie ja king's quest 1 also das nur so für euch am rande das heißt also dass das werden wir späteren teilen auch öfter sehen dass das auch gerne umschreiben wir kommen ja an king's quest 3 auch so ein bisschen an serenity serenia was sage ihr schon sehen da sieht die map schon anders aus und bei 5 sieht sie dann noch mal anders aus ja muss kein muss keiner wissen ist sowas so und jetzt kommt auch so was man hat gegenstände die stehen in manchen anleitung die anleitung unterscheiden sich auch es gibt also die anspiele auch zum beispiel wo man diese komische decke hat für das boot wenn euch daran erinnert es gibt sachen wo das drin steht es gibt sachen wo das nicht drin steht es gibt zauber die da drin stehen es gibt zauber die nicht drin stehen man ist sich da nicht ganz so einig und für den heration ich habe nachgeguckt ich glaube das ist hardcore gaming 101 glaube ich die seite ich werde die auf jeden fall die entsprechende seite auf jeden fall hier verlinken in dieser folge dann für youtube die haben ein schönes compare gemacht wogemerkt text compare ist jetzt kein video compare dass man jetzt leider video material hat und da ist tatsächlich so dass die japanischen versionen also für das pc 88 und sowas die sehen tatsächlich besser aus denn was wir gleich hier für eine prinzessin haben also ich habe das thumbnail schon gebaut für folge eins unter uns ich weiß der laikwoller wird die nicht retten das muss ja mal gucken also das ist ja ist ja ein bisschen du bist ja so der experte für diese ganzen nc japanischen computer da dann guckt guckte das mal an also ist es tatsächlich so die bilder unterscheiden sich also ich habe hier ja schon das finale gesehen und ja und der laikwoller fragt warum du wirst es gleich sehen so wir gehen jetzt mal rein also wir haben jetzt wir öffnen jetzt mal die tür und gehen rein was übrigens auch ganz lustig ich habe ein playthrough gesehen da musste ich auch lachen also ich mache das ja ihr wisst ja ich bin mit text adventures aufgewachsen der hat dann wirklich noch go east und was weiß ich alles geschrieben wo ich dachte mir okay da war es noch nie einen text adventure gesehen glaube ich auch lustig war auch wieder american der über tolle sachen philosophiert hat wo ich dann auch wieder denke alles klar so wir sind bei sierra das heißt jetzt kommt etwas schönes jetzt kommen random encounter was jetzt kommt habe ich erstmal nicht verstanden bis ich dann gott sei dank dieses 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 video gesehen habe was jetzt textmäßig und von von inhalt nicht ganz so spannend war wo ich dachte wenn ich böse werden wenn ich das in englisch video mache ist das mit sicherheit lustiger als das was er da verbrauchen hat aber das schöne ist daran ich weiß was jetzt kommt also wir sind im finale also das ist schon wir sind vor dem endkampf deswegen ist das gut was nicht machen so ich glaube kann ich mit u abkürzen muss ich ab abkürzen ich gucke mal versteht er so das ist der tower ihr kennt das aus king's quest 2 hier ist das finale und jetzt fragt er euch kein zauberer keine prinzessin will er mich verarschen richtig und deswegen gehen wir wieder nach unten das ist random das heißt wir hoffen jetzt dass wir auf den endgegner treffen und ihr werdet lachen wie der endgegner ist ich muss ganz ehrlich sagen ich fand das sehr eigenwillig ich weiß wie der endgegner aussieht das ist der glück da ist er dass der böse zauberer lasse euch mal eben kurz mit den dingern allein und bewaffne mich mal eben das ist der zauberer ein vogel und den vogel musst du hier haben weil du willst ihn ja auch besiegen das macht man mit dem zauberring so mal gucken hoffe das klappt genau mit dem regen verwandelt man sich eine katze und mit der katze tötest du den vogel naja es soll glaube ich keine taube darstellen sondern irgendwie was weiß ich irgendwann was weiß ich eine schwalbe oder eine amsel oder was auch immer soll das irgendwie darstellen ja also wer diesen ne ihr kennt ja sicherlich vielleicht von disney den ich glaube der heißt tatsächlich deutsch hexe und zauberer glaube ich englischen im black cauldron was ja sierra ja auch verzoftet hat disney hat dann spannenden endkampf gemacht die haben ja dann verschiedene ne also merlin und die eine truller hat der irgendwie x verschiedene formen durchgegangen das soll hier auch so sein nur sind wir mal ganz ehrlich das war jetzt der endkampf falls ihr euch jetzt fahrt haben wir jetzt gewonnen ja das kein witz wir haben gewonnen das ist kein scherz ich lasse das einfach mal nur so stehen haben so drosselfingen und star genau ja die gute alte vogelhochzeit genau ja jetzt fragt sich natürlich der laikolaf zu recht war es alles ja nicht ganz wir müssen dann auch jemand retten ist aber ganz schwierig also gehen wir nach osten und da müsste schon unser deliquent sein da ist er so das ist ein frosch ein großer frosch also falls ihr jetzt den gag versteht mit den vielen tieren halen hat also laut story beherrscht ja viele ja verzauberungs sprüche halt tiere und sowas richtig küssen können wir aber wir können auch mal gucken habe ich nicht was habe ich denn habe ich noch irgendwas wo die blöde machen kann ich habe ja gespeichert pocket knife ring clock rock ist doch schön dass er für die zweite seite des inventars nachladen muss nicht nur use knife no way warum nicht kill frog geht okay das wer euch fragt nicht machen ja im prinzip hat man jetzt ein dead end also ist natürlich nicht der trick das war klar der laikolaf hatte schon recht das übliche so jetzt wird es große magie große romantik na wenn das mal nicht wenn das mal nicht ein heißer feger ist sieht in der japanischen version sieht das besser aus sie sieht lustigerweise in den japanischen versionen meine güte meine güte sieht die wesentlich jünger aus die japaner wird halt nicht so eine mit 40 jährige glaube ich retten und das ist ein knaller ne ist super gezeichnet so dann beenden wir jetzt das abenteuer ein rätsel gibt es noch das ist aber auch nicht so schwierig eine vogelscheuche ja das wird erklären warum wir den vogel besiegt haben was hast du auch so wir öffnen den schrank in den schrank aber wir sind gleich durch so wunderbar so nehmen die schuhe ihr kennt das von den flügelschuhen jetzt holen wir uns den ganz tollen gag den super zauber steht auf der sohle gleich haben was aber es ist gut dass sie das nicht noch mal machen musste jetzt hat er gut so wir sind wieder am anfang und das lustige ist jetzt noch hat man nicht gewonnen also man muss jetzt irgendwas tun also entweder einmal nach norden oder sonstiges oder einfach gucken und jetzt hat man gewonnen da zack das erklärt das macht dich zu einem junior master abenteurer genau genau vielen dank dass du es gespielt hast genau äh also natürlich kommt einmal noch die wichtige szene damit ihr hier nochmal pure erotik ja das war's also zur zur story ihr wisst jetzt ihr kennt jetzt serenia ihr kennt harlin ihr kennt prinzessin priscilla ich weiß gar nicht ob ihr das schon gesagt habt ich glaube der könig heißt george glaube ich wenn ihr das auswendig weiß das habt ihr gesehen jetzt habt ihr die welt kennengelernt das ist sozusagen king's quest 0 ähm ja ist glaube ich nicht so bahnbrechend ist auch geschichtlich nicht so relevant dass man das irgendwie in seinem leben hätte sehen müssen vielleicht machen wir tatsächlich nochmal die die anderen high-risk adventures auch weil why not ne wir werden es können aber es ist jetzt ähm sicherlich nicht spannend also wirklich nicht also wieviel Nacht ich bin durch ihr habt es gesehen wir sind zu froh ne wer will abonnieren kommentieren bewerten ansonsten es geht weiter mit king's quest 3 und das wird deutlich deutlich interessanter wir haben übrigens tatsächlich von der statistik haben wir für king's quest 2 schon irgendwie 3 stunden und ein paar zerquetschte gebraucht also ich gehe davon aus für king's quest 3 werden wir vielleicht 5 bis 6 stunden minimal brauchen vielleicht sogar mehr und dann gucken wir mal 4 dürfte mir wie schon gesagt wesentlich wieder wesentlich mehr liegen und 5 weiß ich gar nicht mehr wie lang das war aber da gucken wir mal also wahrscheinlich mache ich das kann ich auch schon mal sagen werde ich wahrscheinlich was 5 und 6 bei 7 ist das nicht ganz so schlimm da gibt es auch eine deutsche Synchro ähm dass wir 5 und 6 auf jeden Fall dann mit den mit der englischen Synchro machen bei 5 ist ein bisschen kritisch das war auch wieder da sind wir wieder bei dem Punkt Sierra hat sozusagen alles ein bisschen gepusht kings quest 5 war das erste Spiel was vertont wurde also da seht ihr mal wie lang das erst ist ich meine klar da fing die CD-ROM-Technologie an und ähm ihr wisst ja bis Monkey Island 1 und 2 vertont wurde das hat bis zur Special Edition gedauert ähm aber gut ja das war der Zauberer und die Prinzessin auf dem auf dem C64 immerhin ne also für die Leute die wissen wollen ist glaube ich auch das einzige High-Rest Adventure was auf dem C64 auch tatsächlich umgesetzt wurde ich glaube die anderen tatsächlich nicht ähm weiß ich auch nicht genau warum aber immerhin ganz lustig also deswegen ich glaube das hat keiner gemacht es gibt noch andere Adventures auf dem C64 Text Adventures die man kennt es gibt unglaublich viel von Marvel müssen wir mal gucken ob ich da Lust Laune und sonstiges habe das weiß ich noch nicht mal gucken so erstmal haben wir es wir sehen uns bei King's Quest 3